und willkommen zurück zu einem neuen part von bussimulator 2018 wir müssen noch ganz viel geld verdienen damit wir diesen anderen bus kriegen können wir brauchen diesen erdgas bus noch und deswegen müssen wir noch ein bisschen fahren genau und das werden wir jetzt mal tun nur diesmal werden wir wirklich mal versuchen so zu fahren dass wir keine so möglichst wenig unfälle bauen weil wir haben ja einen erwarteten gewinn von 25.000 ist der erwartete gewinn hier und den würde ich natürlich auch gerne haben und dafür darf ich keine unfälle bauen bzw keine schäden machen was denn da los da war ein unfall hammerhart angekommen ja ne parken in perfektion alle rein alle rein kommt dann rein okay kannst du haben also jetzt gönnt mir das spiel aber richtig hier kommen wir alle drin gehört dann geht es weiter falls ihr noch ideen haben wie man schnell geld verdienen kann das gerne ein kommentar da das allgemein mal gerne kommentare da und bewertungen ob es euch gefallen das wäre ganz tüfte hoch ach ich muss den dingen sind ich mache doch schon langsamer ich würde einfach nur pünktlich sein diesmal drücken wir den falschen ist von euro schwach gewöhnt quasi er zwei auf den lenkrat zu drücken ich hoffe das ist möglichst ruckelfrei ich glaube so langsam kommt meine grafikkarte ins schwitzen warum habe ich den nach wenn man gegen diese rote barriere fällt kriegt man den ganzen hoffen dämmel deswegen ist nicht gut wenn man fährt gegen die roten dinge ich meine es kommt von diesen roten da rechts diese roten dinge alle dass man da nicht gegen fahren sollte sonst gibt es einen ganzen hoffen schaden eben schluck trinken nebenbei da sind wir alle raus alle rein wo viel zeit wir noch haben aber wir sollen das nicht vertun in einer anderen folge damals aber auch gedacht wir hätten auch genug zeit ende vom lied war wir hatten trotzdem nachher verspätung ja guck nicht lauf ich habe keine hupe doch habe ich nicht aufs senkrad gelegt die hupe okay ist ja nicht schlimm eleganter schlagloch umfahren der lkw will uns allen ernstes versuchen zu überholen schafft es nicht ich bremse nicht für dich fange nichts an was du nicht zu ende machen kannst elekant die kurve bekommen nächste haltestelle sieg mal die schlaglöcher sind nur für die ep wichtig nicht für die demons gut pünktlichkeit pur das ist doch töfterich das ist dann für euch eigentlich auch lauter leise ja dann nehmen wir mit nach hause als haustier man das einfach die mit nach hause nehmen behalten die gehören ja niemanden also theoretisch das ist ja kein diebstahl ne nur diesmal werden wir wirklich mal versuchen so zu fahren dass wir keine so möglichst wenig unfälle bauen das lasse ich jetzt mal so stehen nicht ich sollte echt mal ein bisschen besser gucken ich glaube das wäre mal so eine ganz grandiose idee und direkt weiter ich habe einen rundfall wieder eingeschaltet ne egal bringt geld wenn wir denn geld verdienen auf dieser fahrer ich hoffe es da sind wir wieder alle raus alle raus alle raus ja genau schiebt den mann einfach weg keiner ein ticket kaufen so viel zeit muss sein okay die haben alle tickets sind jetzt hier schon wieder los guckst du einmal nicht auf der straße ne schon ist hier staugott weiß wie und die kurve beziehungsweise haben wir sonntag also bei mir ist sonntag deswegen nicht welcher tag es bei euch sein wird aber bei mir ist sonntag welches tun denn schon wieder immer diese hühner erfahrt mal verlass ich mir vorbei noch könnt ihr aber gleich nicht mehr weiter geht immer blick in den rechten spiegel machen wenn man jemanden vergisst schickt er mich einmal hinten rum ne ja egal keine stunts irgendwann geld verdienen den anderen linien habe ich ja glaube ich auch noch leute die fahren bringen ja auch noch mal geld rein dementsprechend hoffentlich klappt das dass wir das schnell haben ja egal muss meine pünktlichkeit ein behalten ein behalten ja noch einhalten einhalten aber ich weiß es nicht mal längs herum blinker korrekt gesetzt schön 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 das ist ja so ein blitzer hier rechts stimmt naja genau da war der blitzer doch muss ich gar nicht anhalten da muss ich gleich anhalten wer hat denn diese strecke geplant ein bisschen lost die strecke nicht würde ich mal sagen gleich merkt er wieder rum geblinkt beim geradeaus fahren ich kenne doch ein schlagloch ist ja hab ich tatsächlich krass ne leute bald ist weihnachten also was heißt bald aber nicht mehr lang hat einer seine tasche vergessen das heißt er könnte kein ticket haben theoretisch ne wir machen das kurz bevor wir da sind dann sehen wir nämlich ob wir noch genug zeit haben dafür überhaupt wir machen das jetzt eben so haha erwischt hahaha ist mir egal ich will sie noch mal sehen so tatsächlich einen erwischt hahaha hahaha gut 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 oder nicht ja ich finde das toll ich finde das töfte haben wir einen erwischt so möglichst wenig unfälle bauen ja herr kuh frau kuh tut mir ja leid dass ich gegen deinen pfosten gefahren bin oh jetzt kriegen wir natürlich wieder verspätung ne Mist das ist nicht gut wir wollten doch eigentlich keine verspätung mehr haben schön für dich ich habe schon frei hier ist doch 50 warum rase ich den hier so und einmal links abbieger spur ich frage mich eh warum diese stadt so viele zebrastreifen hatte so kommt keiner weit und breit gut können wir erfahren ich achte jetzt versuche jetzt mal ein bisschen mehr darauf zu achten es ist mal wieder menschen platz kachel angekommen tschüss und rein ja ok du bezahlst mir gut woche standard 1 druck kennen als passend komm jetzt einzeln standard druck der ist auch passend haben wir heute weihnachten ok schau mal hätte ja sein können und weiter geht's weiter geht weiter geht's dann weitere geld brand und stift f victمة siegwald lang mente blitz so möglichst wenig unfälle bauen ja dann jedoch steig ausgehen den nächsten wird hat ihr schon mal in irgendeinem busch gemacht komische frage ich weiß aber ich will in irgendein Ich muss gestehen, ich hab schon mal in nem Busch, also das ist auch schon länger her. So, wir haben wieder erfolgreich, unverständlich viel Verspätung hier. Hallo, lass mich raus. Ich muss links rum, sonst hätte ich hier abkürzen können über den Gehweg. Aber das geht leider nicht, weil ich links rum muss. Eine Ewigkeit später. Manchmal bringt Hupen tatsächlich was, aber auch noch manchmal. Blinker korrekt gesetzt, okay. Oh, jetzt noch nicht? Jetzt. Hey, Leute, steht doch nicht so nah an der Kante. Seid ihr denn, Geck? Ich weiß, dass ich zu spät bin. Kieners. Gib Gast, keiner einen Ticket kaufen, alle direkt rein. Komm, zack, 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 zack. Dein Ernst? Tag, Standard, drucken. Oh Gott. So, schön kompliziert. Und auf geht's. Jip, Siegweiden, Rido. Ich glaub nicht, dass wir die Verspätung dann wieder reingeholt kriegen. Wir haben immer ein Problem mit unserer Verspätung, ne? Ist mir jetzt egal, ich will die Verspätung wieder ein bisschen quit machen. Da sind wir Schlaglöcher, egal. Gott, sind hier viele Menschen. Ah, okay. Keiner steigt aus. Woche. Senior. Drucken. Rein, 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 rein. Leute, wir haben keine Zeit. Genau. Ihr fahrt auch schon weiter. Ah, gut. Guck mal, wir haben wieder ein bisschen Zeit reingeholt, auf jeden Fall. Kann dem bestimmt ausweichen, aber nicht so, wie ich das mache. Möp, möp, möp. Nicht wenn ihr dagegen irgendwelche roten Leuchte-Dings háoks fahren. Ah, okay, die sind da. Gute, gute, gut. Uuuiuiuiuiuiuiuiuiuiui. Wat ist denn hier schon wieder? Glaub die Stadt sollte sich mal eher Sorgen daran machen, ihre Infrastruktur mal etwas zu verbessern. So würde ich mal spontan sagen. So Leute, wenn ihr wisst, es wäre unbequem, dass hier grade ist. Demut ihre Ananas Hört doch mal auf damit So, Kurve kriegen Ja, schön Das machen die nochmal so Das sieht etwas verkrampft aus Gleich haben wir es geschafft Gleich sind wir am Ziel Die hat schon viel Lust hier, nicht? Oh, Mist Nein Feiner Mensch Bam, 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 bam Bam, 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 bam So Ja, kann sein, weiß er nicht Müsste ich mal eben nachgucken Was sind hier Abteilbeleuchtung Ruppe, Fahrradfenster Die ist noch an Fahrkartenautomat machen wir auch mal an Vielleicht kommen die Leute dann mehr auf die Idee was zu kaufen an Tickets Ja, tschüss, 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 tschüss Ja, tschüss Ja, Tag, Standard, drucken Zack, 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 zack Tag, Standard, hochdrucken Na, los Und auf geht's zur letzten Station Der Unfall, die ist immer noch nicht weg, okay Jep, genau Bittere Aussteigen Da ist ein Kollege von uns Da sind wir Gucken wir, ob irgendwo Müll liegt Okay, wir können noch Ende drüben Ja, dieses Fußgänger angefahren ist das, was uns sieht, dass man das Genick bricht, ne Und das war's auch mit dem Part von Bus Simulator 2018 Ich hoffe, er hat euch gefallen Da ist auf jeden Fall eine kleine Bewertung da Vergesst nicht, die Playlist auszuchecken Du hast es in aller weiteren Folgen verlinkt Vergesst nicht zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren Das wäre super lieb Auf jeden Fall, bis zum nächsten Mal, tschüss Tschüss Bis zum nächsten Mal, tschüss